Ja, hallo! Servus bei Kaminzockt! Heute spielen wir ein bisschen I am Brad. Ein bisschen leichte Korsche zu füllen. Zwischendurch. Ich habe dazu vorhin schon ein bisschen mit der Steuerung mich auseinandergesetzt. Eine halbe Stunde. Weil es ist nicht ganz so einfach. Ich habe mal meinen Xbox-Controller angeschlossen. Für den Xbox One. Weil auf der Normaltastatur Maus ist es doch sehr schwierig. Da genau die Steuerung. Aber so. Das ist gar nicht einmal verkehrt. Wo müssen wir überhaupt sind? Schau mal. Der Breakdance da über den Stuhl. Wir sind heil ankommen. Mehr oder weniger. Komm! Hüah! Huai! Jajajawa! Wo muss man hin? Ah! Da hinten ist der Fürster. Rameisen, 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 Rameisen. Rieberer Rameisen. Sag mal, wo wohnt der eigentlich? Ah, schon komisches. Haushalt wo Ameisen überall rumlaufen. Wo sich Toastbrote selbstständig machen. Ich weiß ja nicht so recht. Komm, komm! Braber Toast. Ah, laden wir uns erst nochmal auf hier. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Komm. Naja! Ah, hängt der Toast mal ein bisschen ab hier. Komm. Komm, komm, komm. Fuck, 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 fuck. Ah, da haben wir uns gerade nochmal gerettet. Hier legt mich am Arsch. Also manchmal ist er ziemlich flott unterwegs, aber... Gefährlich. Nein! Nein! Ah, ah. Hey, jaja. Wah-ah. Neeen! Goodbye. Ich weiß nicht. Oh, oh. Ab und zu verliert man einfach ein bisschen den Halt und dann ist es schon mein Geschehen. Ah! Ah! Nein! 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 Komm! Komm! Komm, 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 komm! Komm, jetzt schieb dich rauf, toscht! Was ist denn los? Ja, der macht's mir halt nicht einfach, der Kollege. So, jetzt komm! Puh, wir rühren uns erstmal aus hier. Bisschen an der Oase. Es ist auch nicht ganz so einfach wie im Moment. Nasser Toast. Jetzt ist er nass, aber man kann noch essen. Nasser Toast. 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 Ja, komm schon. Ah, geht doch. Ah, das ist schon mal schon angekommen, Fascht. Müssen wir es hier nur noch reinschaffen. 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 Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Servus.